es ist jetzt aufgenommen wir haben jetzt haben wir wie gesagt die Ecke jetzt weiß ich wie gesagt nicht Halter wir können uns sogar das alles selber einrichten was so was wir haben wollen bis zum kauf der Lounge gesperrt als wenn wir das nicht machen haben wir nur so eine riesen Bude hier ihr seht können ja nur die Farben ändern Farben der ganze Hintergrund ändern also das ist ja wirklich mal mehr cool schön die Ampien dazu das ist echt nicht schlecht gemacht ich muss erst sagen ich nehme zeitlos nein schon hier ein bisschen bunt das kostet 215.000 so kosten das 215.000 oder lecken mir im Arsch gratis ok das wäre gratis ok also die Farbe ist schon mal gratis das ist schon mal sehr gut Stil was können wir jetzt da noch machen ich finde es wirklich schon Hammerhardt hier ach die verschiedene Tapeten wir können auswählen was für Tapeten alleine das ganze Zeug kostet schon 1,6 Millionen das ist naja gut so äh boah was nehmen wir denn da jetzt gute Frage gell 210.000 wird diese komische Tapete ne ich nehme sowas hier wenn dann wir machen wir mal ein Grundriss also das ist wirklich schon geil ne wenn wir jetzt hier alles auswählen ey boah das können wir auswählen hier was wir nehmen oder was die nehmen ach welche welche tische wir nehmen oder was das ist ja mal geil bei mir noch so ein Pokerbereich achso ob wir einen Pokertisch mit drin haben wollen oder nicht aha ok ein Fernsehgerät oder ach ne ein Computer genau ob wir einen Computer haben wollen das finde ich sehr cool ob wir da jetzt noch auswählen können mit den einzelnen Sachen aber das muss ja jeder selber wissen ob er das mit einrichten möchte oder nicht alleine das kostet schon 6 Millionen das ist ja mein Geld gleich alle und ein paar Garagenparkplätze also können wir uns wieder mächtig viele Autos kaufen also der gesamte Preis kostet ja allein jetzt schon 6 Millionen und da habe ich jetzt hier Standardausstattung genommen also das erste nur ne ach nein scheiße man ist mir rausgegangen verdammt ähm ja machen wir das ganze halt nochmal ne gehen wir mal hier drauf äh das ist gut weil wir könnten ja jetzt auch noch hier sowas auswählen oder hier 1 für 1,5 Millionen so ne Ecke oder wir nehmen einfach jetzt hier sowas das ist ja natürlich dann noch ne weiß ich wie gesagt nicht aber ich würde erstmal sagen entweder selbst eingerichtet oder absteige weil das eigentlich fast selbst aussieht aber ich nehme das hier wieder so das muss man natürlich alles nochmal machen hier alles aktivieren so wir haben selbst alleine 6 Millionen das ist wirklich hart ey das ist äh sehr interessant gut gesamtpreis 6 Millionen kommen wir nochmal weiter zweistufiges Schlafzimmer haben wir auf jeden Fall jetzt Bau und Partybereich ne äh ne Medienzimmer haben wir ne Garage Master Penthouse dann hier ne Lounge und hier äh dann SPA was das sein so wahrscheinlich seiner Bereich oder irgend sowas ein privates äh hier sind zum privaten zocken und im Büro haben wir jetzt ok ich ne ich ich kann nicht so alter ist jetzt gut wir kaufen das ganze jetzt 6 Millionen hat das ganze jetzt gekostet wir setzen uns natürlich einen Wegpunkt und ich möchte mir natürlich meine eigene jetzt mal anschauen gut aber das mache ich in einem anderen Video schauen wir uns in einem anderen Video an also viel SPAß